Musik Der TU Day wird seit 2007 einmal jährlich durchgeführt und ist österreichweit die größte Jobmesse für Technikerinnen und Techniker. Der absolute Vorteil vom TU Day ist, dass sich 100 Arbeitgeber an einem Tag präsentieren und 3500 Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit haben, Kontakte zu knüpfen und Informationen zu sammeln. Gemeinsam mit Verbund vergeben wir heuer bereits zum sechsten Mal das Verbund Frauenstipendium. Drei Studentinnen werden dabei für den Zeitraum von einem Studienjahr gefördert. Die Studentinnen werden nicht nur mit Sachkosten, sondern auch hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Ich möchte besonders betonen, dass sich die Studentinnen trauen sich zu bewerben. Bachelor, Master und auch PhD-Studentinnen traut euch, euch zu bewerben. Alleine die Teilnahme am Hearing ist schon eine große Erfahrung, von der man viel mitnehmen kann. Musik Die Firma Molinari Rail hat in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen mit dem TU Day gemacht. Wir sind schon mehrere Jahre hier vertreten und wir bekommen immer sehr gute, hochqualifizierte Bewerbungen auf unsere Stellenausscheidung. Die Jobmesse hier in Wien hat den großen Vorteil, dass wir in der Branche bei den Ingenieuren bekannter werden. Und außerdem ist die Kontaktpflege in der Industrie mit vergleichbaren Unternehmen von großem Wert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der TU Day hier in Wien ein sehr großes Potenzial an guten Ingenieuren für uns bietet. Und deshalb kommen wir regelmäßig immer wieder hierher. Es ist das erste Mal, dass wir auf den TU Days dabei sind und wir sind sehr positiv überrascht. Wir finden sehr viele Fachkräfte hier. Die Leute sind sehr interessiert an unserem Unternehmen, was wir machen. Viele haben sich gleich beworben, damit haben wir so gar nicht gerechnet. Wir haben einen ganzen Koffer voller mit Bewerbungsunterlagen und die sind alle sehr qualifiziert. Und wir freuen uns darauf, die auszuwerten. Das Gute am TU Day ist, dass man Unternehmen kennenlernt, die man vielleicht bis dahin noch gar nicht am Radarschirm gehabt hat. Und ins Gespräch kommt auf sehr einfache, unkomplizierte Weise, ohne Terminvereinbarung, die Möglichkeit hat, sich selber bei Unternehmen vorzustellen und eben auch umgekehrt vieles über die Unternehmen zu erfahren. Für mich persönlich war das einer der wichtigsten Grundsteine in meiner Karriere, weil ich eben dort meinen derzeitigen Arbeitgeber, BMW Motoren, GmbH in Steyr kennengelernt habe. Und jetzt stehe ich selbst da und kann meine ersten Erfahrungen weitergeben. Als TU-Student ist es immer relativ schwierig, dass man weiß, wo man nachher hingehen soll. Und mit der Jobmesse haben wir alles im Haus. Man kann sich umschauen, man weiß genau, die suchen Physiker, die suchen Techniker, von denen man jetzt alles schön strukturiert und man weiß gleich, wo man hingehen kann. Der Mehrwert ist, dass man hier erste Kontakte knüpfen kann mit Unternehmen, einen ersten Schritt auf die Unternehmen zugehen kann. Und auch wie in meiner Situation zum Beispiel, wenn man kurz vorm Abschluss steht, sozusagen so einen ersten Schritt Richtung Praktikum, Richtung Abschlussarbeit, Richtung, eventuell auch Richtung Job auch schon gehen kann. Ich persönlich würde den TOD, die Messe TOD auf jeden Fall weiterempfehlen, einerseits für Arbeitgeber, die sich präsentieren möchten, die Studierenden zeigen möchten, auch was sind unsere Bereiche, andererseits auch für Studierende, die sich überlegen, ja, was mache ich in drei, vier Jahren, welche Bereiche oder welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, wirklich die Chance zu nutzen, treten Sie in Dialog mit den Firmenvertretern, so lernen Sie bereits mögliche zukünftige Arbeitgeber kennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017